Weißt du, wir brennen, wir rammen das Auto nicht, deswegen wir fahren bevor wir halt die ganze Zeit das Auto brennen, bis wir halt so viele Autos in der EU dabei haben, dass wir es einfach ausbrennen können. Bro. Oh, 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 oh. Weiß war das kaputt. Ist kaputt? Ne, ne. Ich hab schon zweimal gebeinet, glaub ich. Ich hab ja wirklich viel mitgekommen. Guck mal, weißt du, was geil ist? Ich will ja mein Auto noch mal schneller als weißt. Guck mal. Ja, ja, ja. Ich hab ihn ausgebremst, deine Schuhe vorbei. Komm, wir machen das jetzt so lange, die rammen die ganze Zeit, okay? Ja, so wie die richtige Cops hier so. Hallo? Haben wir ihn? Haben wir ihn? Haben wir ihn? Komm schon. Es macht dir Spaß, wenn man wirklich versucht, nicht draufzuschießen, sondern wirklich versucht, ihn so einzukästen, dass er nicht mehr wegkommt. Ja gut, ich nehme das hier als ausgeglichen jetzt, ne? Ne, ne. Wir hatten immer noch voll Spaß. Wirklich so, das sollten wir öfters machen, weil es wirklich mehr Spaß macht. Wahrscheinlich einfach aufrufen. Das kann man auch nur bei uns zu machen, das kann man auch nur bei uns zu machen, das kann man auch nur bei uns zu gewissen machen. Wo ist denn sein Freund? Warte mal ganz kurz sein Freund und gucken, wo der ist. Na ja, ich will hab noch nicht viel auf das Rad. Er hat chillt am PD. Ja. Der wartet wahrscheinlich, bis sein Freund kommt. Oh, jetzt, jetzt kommt, jetzt. Achtung, der kommt jetzt hier unten in die Kreuzung. Er versucht halt nicht abzuhängen, weil er... ... ... ... ... ... Ich hab keine Waffe dabei. Oh mein Gott. Ja, der wartet auf einen Kollegen. Warte, ich steig direkt in mein Fahrzeug ein und warte. ... Eins, ... ... ... ... ... Da haben wir noch beide... Oh, ja stimmt, der kommt jetzt hier hin. Achtung. Ich hab jetzt auch einen neben der Warnste. Wollen wir ihn entkommen lassen? Ja. Wenn ich verfolge. So gut. Komm mal. What the fuck? Oh, nee, das... Hallo, der hat noch nicht mal gewohnt jetzt. Ja, das gibt's nicht mal so. Geil. Hey, musst du falsch liegen? Oh, echt? Ja. Ähm, ich lösche mal schön schnell. Ich weiß nicht. Jeder flüchtet. Der hat Kanalrichtung für die... Ja, ich hab ne Warnste platziert, ne? Sowas müssen wir mal mit mehreren Leuten machen, weißt du was? Hättest du denn immer so Snowplay, Snowpistar von S&P? Nee. Boah, du musst dir mal Videos von... Du musst dir mal Videos von ihr reinziehen. Ja. Ja. Der fährt da rüber, ich bin ja, ich hab alle über mich. Der fährt da. Scheiß, 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 scheiß. Ja, ich kann nicht weiter dran. Ich bin los, überhol mich schnell. Oh, komm, schau. Ja, nee, ich will dich eher rammen. Mein Auto ist schon ganz kaputt gegen dir. Ja, meinst kaputt, aber fallen noch nicht mal. Jetzt ist Maschinen. Das ist egal, das ist Marien-Einsatz. Obwohl, wenn man so Snowplay, sind sogar richtig viele Einsätze, ohne dass die Autos kaputt zu werden. Oh mein Gott, der Premier fährt 190. Oh, was ist das? Ja, der hat ja endlich getunt. Oh, wow. Das Witzige ist, Oh, ich bin voll schnell auf mich. Ja, ich guck mal, ich muss da einfach ganz kurz, ganz, ganz einfach so eine, 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 ich meine, eine Millisekunde kurzen Standleck. Weißt du nur, wieso? Weil die ganzen Texturen geladen werden müssen. Oder jedenfalls. What the fuck? Du musst jetzt auch noch kaputt rammen. Ja, klar. Ich versuche ihn eigentlich abzudringen, aber die fahren ja in mich dann hinein. Das Aufspringen auf sein Auto war eher ein Fehler. Was konnte ich dafür, dass er zu langsam fuhr? Ja, bis. Oh, er hat aber gut gebraucht. Ja, natürlich hat er dann gesagt, er hat dann nicht zu sein Auto einfach vorzufallen. Ja, war doch gern. Oh, verdammt, 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 verdammt. Ich versuche wieder einsteigen. Handbremse an, Handbremse an, Handbremse an. Ist. 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 Witzig. Der versucht, um noch rauszukommen. Nein, nein. Der Handbremse an. Ich versuche, dass er hier nicht herfährt. Der bringt zu eher, dass er nicht hier nicht herfährt. Ja, hallo? Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Der ist in Pickman steht da unten und hat Hände hoch. Der hat auch 62 Spielstunde dabei schon, wie der Hase läuft. Ja, der vor uns? Nein, jetzt dieser eine da, der sofort ausgestiegen ist, die Hände hochgehoben hat. Da versuchte man auch zu fliegen. Jetzt hat er auch irgendwie total schaden. Aber jetzt hat er ja auch irgendwie total schaden. Boah, mach das mal, Alter. Das kann doch nur mit Leuten machen, die es auch richtig machen wollen, weißt du? Ja. Ja. Als böse Fraktionisten hätten direkt einen Sniper genommen. Ja. Du wirst denken, wie der hier fährt, so realistisch, Alter. In die U-Bahn-Kabine hier. Ist ja nicht so, dass der hier nicht mal zukommt. Ah, leider kommen die aber von hinten. Die fahren nicht in die andere Richtung. Guck mal, ich hab euch jetzt schon wieder aufgeholt. Ja, ich hab ja auch die ganze Zeit next. Weil die Lampen sind. Was ist das? Was ist das? Ja, komm, komm, komm! Nein, 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 nein. Ah, Nitro. Komm, komm. Ich hab Handbremse an. Ey, ich frage. Achso, der hat die Trauer legt. Pass auf, du musst auch vorne fahren, sonst kann er nicht überlegen, ich kann weiter her, dann kann ich auch weiter. Wie, dann versuchts richtig, ne? Ist das nicht so, dass wir ihn direkt abknallen können? Ja, lauter, Mensch, ich frage ich an. Hallo, die haben steckt zwei Autos kaputt gerannt. Ohne, und unsere Quäume einfach nur. Alter, ich schließe jetzt einen Platten, das ist auch ein bisschen geil. Nein, nein, nein. Ähm, komm. Ah, ist sie. Ich hab nur auf den Reifen geschossen. Das ist realistisch. Ja, richtig Polizeiarbeit. Da hält er sich auch nicht mal ne Waffe. Eins, zwei, drei, vier. Garantiert wird er nicht gestellt. Wird dir das Polizeilogo, also die Polizeilogo auch so verpixelt, so ganz leicht an man zu stellen? Ähm, ne, verpixelt nicht. Ja, da sind ganz viereckige, nur so viereckige Ecken drin. Ah, guck mal, er hat sein Auto nicht abgeschlossen. Wie hilfreich. Oh, er hat ne MP5 mit 486 Schuss hier drin. Oh, ist das mies. Leider bin ich ja im Dienst. Und er hat zwei verschiedene Kleidungsstücke hier drin. Ja, okay, ich mach's da Escort und hilfst mir nochmal transportieren. Ja, okay, wir fahren gleich mal da wieder hin. Eww, Alter, ich hole die Escorte, Alter. Ich brauche nur einmal, weil du verschwählst. Zwei oder drei Mal Gramm werden, dann war ich auch total schade. Oder? Ich mach hier Serena aus, wir sind nicht mehr im Dienst. Und, ähm, Tempo 60 bitte, weil wir sind unterirdisch. Hier ist Tempo 60. Wut.